Langsam, genau, jetzt riecht ein bisschen, riecht drüber, riecht, 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 links lenken, links lenken, auch machen, auch machen, links lenken, weiter Fahrzeug, genau und durch ist hatte, geht schon. Vulkaner, genau, genau, perfekt, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Gerade lenken, gerade lenken, jawoll. Die Zeit lang wird gehen, dann werden sie anpacken. Genau. Also da, blubblubblubblubblubblub, so führen sie sich. Halt lang, 315 kmh. Fertig sterben. Also meine Herren, jetzt geht es auch, das ist wahrscheinlich eine Idee, dass man die Zeit hat. Und dann geht es noch gleich los. Und hier können wir gleich im Sportbusmodus bleiben. Und einfach Kickdown. Gleichfolge aus der Startvorgabe haben wir da schon. Los geht's! Und die nächste G-Klasse, bitte. Ja, und das ist natürlich schon ein Erlebnis, diese 2,5 Tonnen hier in 4,5 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigen zu spüren. Ich kann nicht auf! Ingo! Ingo! Bis zum nächsten Mal.